Eine GTA-Session, die etwas voller ist, als ich eigentlich gedacht hatte. Heute mit Anne, Krabs, McFly, Nils, Sachse, Tauder, Liquid, Early, Hotter und Items. Und dem Minecraft-Auto! Und das kurz vor Weihnachten. Und hier ist ein Block im Auto. Mit einem Fahrrad. Wenn man den Liquid-Tag anguckt, dann sieht man auch das Fahrrad. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es, genau bei mir, ich stehe genau hinterm Lenker. Bei dir ist es Anne. Bei mir ist es Anne. Ja doch, weil, doll, Dalu guckt durch das Fahrrad, als wäre es ein Bilderrahmen. Ja genau, genau, das hatte ich auch. Bei mir hatte der Sachse den Lenker im Gesicht, ja. Aber nein, ich stehe vorne. Ich bin drum dunkel, ey, ich habe Angst. Alle weggraben, die vor mir sind. Wupp, wupp. Das ist alles toll. Wenn Jason sich vor dein Auto stellt, geht das kaputt, ne? Das stimmt. Muss man sich in Jason umbenennen. So. Verpiss, ich Sachse! Was geht schon los? Es geht schon los, ja. Oh, Nils, Alter! Ach, das ist die Strecke! Och, Mensch! Ja, Mann! Und ich habe trainiert! Junge! Ja, und wie wäre es dann mit Bremsen oder so? Ja, wie? Habe ich doch. Du hast mich von weggehauen! Hey! Wenn ich gerammt wurde, kann ich nichts daran ändern. Bremsen ist was für Leute, die bremsen. Wir fliegen da rückwärts. Was? Ich habe das rückwärts hochgemacht. Ich wollte eigentlich einen abrollen, so wie bei Rocket League. Funktioniert nicht ganz so, gell? Ich bin bei Rocket League gerade geflogen. Ich bin direkt in der Kurve gelandet. Ich kann mal nochmal nach hinten gucken. Ah, ja. Aua! Ich weiß es gerade selber nicht. Linker Stick. Linker Stick ist bei mir hupen. Rechter Stick. Rechts. Rechts. Links, rechts, schwäche. Ja, die Sachsen wieder. Wer war das eigentlich gerade, der sich gerade wieder angekündigt hat? Ach, Mann. Wie spielt ihr mit der Saturn? Einen! 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 Oh, what the fuck. Das lass ich mir nicht anreden hier. Tau, tau, bin ich schon dagegen in die Wand gefahren. Hahaha. Aber, äh... Ich bin Zehnta, warum? Komisch, wir sind noch im neuen Spiel. Jetzt magst du dich immer noch. Jetzt hab ich mal Ewigkeit nicht mitgespielt und... Ja! Du bist natürlich nicht besser geworden. Jetzt hab ich so lange nicht gespielt. Wie kann es sein, dass ich immer noch schlecht in dem Spiel bin? Ohohohoho! Ja, wir haben noch kurz reingesprungen, Leute. Boah, das war Karko. Ja, echt war das, Tau, Tau. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Eeeeh... Und eine Röhre! Nein, 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 nein! Was kommt Nils? Oh, Nils. GG. Ja... Alter, Anne! Ja, GG, Nils! Was regelt ihr denn hier, wie die Irren? Anne war ich wieder. Was... Auf woran macht mich das eigentlich überhaupt nicht? Ja, der soll. Ah! Das ist eine Röhre. Ich werd ihr gleich im Unfall machen. Oh, was? Ja, hoffentlich. Hast du dich anders entdehnt. Aldi. Nee, easy. Ich komm zu nah. Das geht. Uh! Sachse, wir werden gleich knuddeln. Doch nicht. Ich hab verkackt. Ah, doch. Könnte sein. Oh, schon wieder. Oh, nein. Das ist doch... Achtung, da sind Palmen. Aua. Eine Sekunde stehen geblieben und Anna hat über... Anna hat überholt? Sorry. Es ist vollkommen nett. Ah, das ist die. Die haben wir letztens mit dem Edda gefahren. Da sind Palmen in der Mitte. Die haben wir letztens mit dem Edda gefahren und da war die Kacke. Oh, was bist du denn? 911 war die richtig Kacke. Ja, ich weiß. Ach, genau den 811. Ich meine den. Oh, oh, oh. Ich hab immer Angst, die Straße zu kreuzen. Da kommen dann immer Leute. Ah, ihr braucht ja echt keine Gedanken machen hier. Der wahre Kunker. Hast dich irgendwie ein bisschen zerrissen oder was? Der Absprung schon. Ich hab jetzt wieder voll aufgeholt. Ja, jetzt weiß ich. Überhaupt als wenn ich in die Zone rein. Okay. Uh, das war knapp. Das Auto ist gar nicht übel eigentlich. Ja, ist schlecht. Die Sonne steuert sich super. Junge, ich hab voll vergessen, dass es hier... Oioioioioi. Hier gibt's ja Kurven. Einmal querfällt ein, ey. Das schlägt sofort der Wagen aus. Ja, du darfst diesen Dreck halt nicht berühren. Riecht ihr das? Hier müffelt das so komisch. Wie hier müffelt das? Ja, da vorne isste. Ja, Anne tankt nur Biodiesel. Das ist das Problem. Muss ich hinterherfahren, wenn ich sowas mache? Wer, wer, wer das hier? Das ist ja ganz aus Neues. Was war das denn, Anne? Oh man, das braucht mich zu drehen. So macht man das. Hast du das gegeben? Ich hab dich richtig hingestellt, Anne. Lass mich fahren. Ja. Hab ich genau gesehen. Ja. Du hast mich genauso geschubst wie alle anderen auch. Ich hab dich richtig gedreht. Ja, zufällig. Ich hab genau gewusst, dass du da kommst. Ich hab dich aber nicht gerabelt. Nee, nee, ich hab auch abgebremst. Gegengehalten direkt. Ich hab nur die Innenkurve genommen. Nein! Deine Ernst! Du ein dummes Arschloch, wenn hat er überhaupt eingeladen. Nein! Lass dir das nicht gefallen, all Jungs. Ja vor allem ist das halt wieder so ne Situation. Der Sachse regt sich immer so auf. Lass uns kurz. Nimm dir das Licht zu Herzen. Alles gut, Alex. Weißt du, das Problem ist, dass es wieder aus der Situation entstanden ist, wo ich fünf Jahre lang... Boah, was ist denn los, Leute? Damit das so klappt, wie es da soll. Ja, der Sachse ist in Weihnachtsstimmung. Wie bist du da so schnell durchgekommen, Dalu? Mittlere Rampe. Mittlere Rampe? Okay, du bist ja bedeutend schneller. Ja, du fliegst ja auch gar nicht. Du fährst einfach rüber. Ja, okay. Ist es dann überhaupt ne Rampe? Es ist ein kleiner Sprung. Okay, also es ist ne Schanke. Also es ist geradeaus. Okay, ist gut zu wissen. Bring dir nix. Was ist denn nicht der Unterschied zwischen Rampe und Schanze? Warte, Kopenzin! Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, Schatz. Freiheitsrabatt. Eine Rampe überbrückt und bei einer Schanze ist unten immer noch Erde. Okay. Also ist ne Rampe ne Brücke? Nein, das ist nicht. Es sind keine verschiedenen Worte. Bei ner Rampe ist in der Mitte ein Abgrund und bei ner Schanze nicht. Hä, aber in ner Rampe in der Mitte nennt man Brücke. Nein, du springst doch ab. Ja, Entschuldigung ganz kurz, aber wenn ich jetzt ne Rampe habe, um die Treppe zu überbrücken, dann habe ich doch ne Rampe. Da ist doch trotzdem ne Treppe drunter. Und warum nicht das ganze Wolfsschanze? Oh, das ist natürlich jetzt die Frage. Hat man da Wölfe abgeschickt? Wahrscheinlich, dass er auf einer Schanze liegt. Genauso wie beim Skischanzenspringen oder wenn das Ding heißt. Heißt ja auch nicht Skirampenspringen. Ja, deswegen. Dalo, was ist denn mit dir los? Das waren aber gerade Fingernägel auf der Tafel. Das habe ich gerade noch nie gesehen. Du hast gerade mega die Störgeräusche gehabt. Ja, übelst. Ich bin gegen die Palme gesprungen. Oh, bin ich im TS-Beta-Client? Oh, das müsste ich gleich kurz gucken. Du hast gerade beim Schrein, dass du mega Kratzen, beechiges Kratzen gehabt. Das war ein Fiebz. Oh! Und ich... Ciao, machs gut. Ich war wieder ein bisschen rangekommen, Dalo, aber dann... gegen die Palme geflogen. Wenn du bei meiner Folge siehst doch, warum du rankommen konntest. Nee, nee, bevor du an der Stelle eben warst. Übrigens, ich möchte mal anmerken, die Leute bei mir, die das gesehen haben, wie ich Sachse rumgeballert habe, das ist so ein Schuss, der klappt nur einmal alle Millionen Jahre und dann nur, wenn man es nicht will. Sachse, was machst du denn da? Du bist noch gar nicht auf der Graden. Ich hab mich verkeilt. Der schleift hier vor meiner Nase, Legs. Einfach vor meinen Augen vorbei. Oh, hallo, wie geht's gut? Was macht ihr eigentlich alles zusammen? Wie konnte ich denn so viel aufholen? Nennt sich Bremsen. Wo bist du, Liquid? Hätte ich gebremst dadurch. Ey, Alter... Liquid? Ja? Wo bist du? Sagt doch, mich hat's komplett gedreht. Ich hab dich da oben gerade hochspringen sehen, aber ich... Bin jetzt bei dem Checkpoint vor der Rampe. Oh nein, ich glaube es sind drei. Ich bin jetzt erst auf der Rampe. Ich bin voll in die Palmen geflogen, mich hat's komplett in so einen Vorgarten gerissen. Nice. Ich bin beim Grill eingeladen. Hä? Jetzt lässt du dir was starten. Du bist da immer noch dran, Mann. Wollt doch mal. Nein, Sachse! Nein! Items! Wird doch mal besser. Brrrr! Was wärs doch mal besser? Sachse will mich nicht mehr vorbeilassen. Angst, Potter! Ach, Runde drei von drei! Angst, Potter! Aber du dürfst so viel Vorsprung haben, dass du es trotzdem kein Problem hast, oder? Nee, das glaube ich nicht. Die Strecke ist viel zu lang. Und du musst am Anfang oft bremsen und ich beschleunige langsamer. Ich würd bremsen. Hab ich. Oh mein Gott. Na, traust du dich? Nein, Sachse! Nein! Das ist zu spät gesagt. Keiner hat bis jetzt die Bowlingkugel angewollt, ne? Ich werd das die Mörderabkürzung. Die Bowlingkugel anwollen? Ja, da ist nämlich ne Rampe vor der Bowlingkugel und die fährt eigentlich entweder gegen die Wand oder über die Wand. Nein, die fährt voll gegen die Wand. Dafür bist du da. Probier's doch mal aus! Siehste, Sachse, das bringt dir deinen Hass. Jetzt bist du hinter ner Katze. Voll die Fresse. Immer diese fanatischen Katzenhasser hier. Wo ist denn Platz drei? Ja, grad bei der Bowlingkugel vorbei. War grad echt schlechte Runde, also. Könnte sogar, obwohl ich erster bin, ne Toprunde fahren. Ich hab extra gebremst, Nils, ey. Ja, dann kann man das grad mal im Kontext einsieht bei... Bei dem letzten GTA-Video von Dalu, das ist jetzt schon länger her... Oh Gott, oh Liquid! ...der Stand ist... ... 22.12. War ein Kommentar, was ist eigentlich für den Sachsen los? Wird mir unsympathisch. Alles in Ordnung. Danke, deine Aufgabe. Alles in Ordnung. Aber... ... GTA macht für mich nur, weil der Regen sind. Ja, GTA regt uns heute schon auf. Ja, bei GTA kommt Dessort. Oh Gott. Da kommt Dessort richtig. Obwohl bei Manus und Breezy manchmal schon, ja. Ah, ich war nicht dabei. Ich kann lächeln. Du bist doch auch schon in der Pipe. Liquid. Ja, mein Auto dreht sich gerade. Komplett. Naja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich werd jetzt gleich überholt. Das ist wirklich schlecht, ja. Hart verkackt. Überholen zu lassen ist schlecht. Ich war gerade kurz weiter. Na, das glaub ich nicht. Doch, stand er gerade jetzt wieder weg. Ich glaub ich irgendwo. In der Rühre. Nein, der Early ist mir hinten in die Seite gefahren. Ne, wer ist das? Backfly? Backfly. Jetzt wieder. Was? Bitches, was gut das? Early ist zweiter, oder was? Okay. Backfly, danke. Die beiden haben sich in der Luft geküsst. Nein, nicht in der Luft geküsst. Der ist mir ins Heck reingeschossen. Ja, ihr seid auf jeden Fall mega zusammengeschlagen. Ich bin millimetergenau an euch vorbeizuschlagen. Ach du, ihr habt, ey. Mir wurde. Jetzt lasst du nicht Early Zweiter werden. Hä, lass den Erster werden. Das wird toll. Sag das nicht mir. Für mich ist das gut, ja. Kein Fehler machen, jetzt hier alle Klappe halten. Lenk mir nicht ab. Also ich bin durch. Pass auf links, Early. Early, was ist das da links von dir? Early, du musst rechts abbiegen. Early, du musst links abbiegen. Ich kann Early abholen, wenn er da vorne die Kurve fährt und nicht mitten übers Feld. Okay. Da kann man nochmal aufholen. Ich bin jetzt durch. Ne, war ein Scherz. Ich hab gehofft, dass er über den Acker fährt. Ja, kannst du klicken. Hab nicht geklappt. Also ein bisschen Ganybel geht ja schon aus, du. Ah, hält's auf, Early. Das sind große Worte. Komm, Early. Er kriegt jetzt gegen die Röhre. Pass auf. Early, Early. Hallo, wenn du jetzt ins Ziel wartest. Ich hasse dich da. Ich steh vor der Zieli und Rapp nicht noch. Das wär so. Das wär ein typischer Early dann. Early macht zwölf. Deine McFly ist umgeboxt. Hallo Items. Alles nur, weil du in der Röhre stecken geblieben bist am Anfang. Was? Naja. Ich glaub, da shoppig ich nicht mehr. Wie, hallo Items? Wer ist da hinter mir? Ich. Wenn du ein Geist bist, nenne mir deinen Namen. Er ist kein Geist. Wir fährten da durch die Wallachei. Ui. Ich bin da durch die Wallachei gefahren. Das ist der schnellste Weg. Oh, das ist schade. Es ist fünf Sekunden oder so gefehlt. Da wollte jemand zum Flughafen. Naja, shoppig nicht mehr. Ist nur hinter der Röhre. Quatsch. Oh, richtig bitter. Oh Mann, Alter. Ich bin zweiter. Weil da mich am Anfang gedreht hat. Diesmal hab ich mich nicht verloren, weil ich zweimal Chris rausgebockt habe. Hat die letzte Session eigentlich nicht genau so angefangen, nur dass ich Zweiter war? Hallo? Jede Session fängt so an. Nennennenn, die letzten nicht. Der kombiniert schon rot mit. Da bin ich die ersten zwei oder drei rein. Ne, das Auto hatte ich doch gar nicht. Schwarz und Lied. Das ist aber rot. Das ist gar nicht mein Auto. Das gefällt mir. Hat irgendeiner gerade geraged quittet? Ist da einer geliebt? Ein Name und Grau, ja. Ja, hab ich auch gesehen. Wir sind aber noch elf. Wie ist jetzt die Aufnahme zu Ende? Einer gewonnen ist elf. Hat er ja gewonnen, ja. Doch Early sieht er schon als eben worden. Wenn, da hat er 16 Points. Ich war zweiter. Das heißt erster noch da unten. Das Ding. Mit der kurzen Randefläche. Machen wir nur zwei Runden, dann passt das perfekt. Early sucht das Moppet aus. Early, sag schnell. Ich suche das Moppet aus. Lass mal gucken, was haben wir denn hier Feines? Auf der geht übrigens alles. Auf der geht alles. Auf der geht alles. Nimm mal, nimm mal, nimm mal, nimm mal. Komm, machen wir was gemütliches. Wir nehmen Gargoyle. Gargoyle. Ja, seht ihr? Der hat sogar Geschmack. Die Gargoyle ist dann auch mega geil. Die nehme ich als Troll jedes Mal. Aber die Gargoyle ist aber auch super schnell leider. Das ist gar kein Troll, weil das ist echt gut. Nee, ist echt komisch. Ich hab erstmal... Ich weiß ja nicht, was mit eurer Sicherheit ist, ne? Ich hab nen Motorradhelm auf. Und ihr? Ich hab ne Katzenmaske auf. Ich hab ne Katzenmaske auf. Also ich hab ne Holzmaske auf, falls ich aufs Gesicht... Ich hab ne Brille auf. Genau, meine Brille wird mich schiffen. Sicherheitsgläser. Meine Katzenmaske macht... Ich glaub, die Gargoyle könnte sogar zu schnell sein. Nee, das kann nur Maxi sein. Maxi fährt ganz vorne im Fahrt. Das glaub ich mal fast nicht. Nennennennennennennennennennenn Der hat den rote Flecken am Arsch. Das macht mir viel Wehsau. Nein, die Gargoyle ist gut. Oh, ich hab den Start verpasst. Oh, direkt nen Kickschlag. Piss euch! Oh, da wohnt einer! Ich köpf gleich wieder ein. Rosa war das. Rosane Spike. Jaja, das war Anne, das war Anne. Nein, nein, nein! Das war Anne! Jetzt greif ich an! Oh! Oh, sorry, sorry! Da hab ich so nicht mit gerechnet. Hey! Tau, tau! Sachse ist raus! Oh, dick. Nein! Ich bin neben der Bahn! Ich bin raus. Ja, die und Sachse sind raus. Hast du das? Ja, danke. Wieder richtig Toxic. Wieso Toxic? Jawoll! Ich lach doch! Ich bin immer noch auf der Bahn. Eiseleck wird bis gegen das Haus geprallt. Nils hat er nicht... Oh, Nils, du bist Toxic! Alles klar! Hä? Holy Shit! Ich hab mir gedacht, das wieder reinzuschieben. Ich hab mir gedacht, das wieder reinzuschieben. Ich bin Sachse! Nein, ich hab Pink Schatten! Hast du das gesehen, Krabs? Nein! Ich hatte Pink Schatten! Ja, du auch! Das war mega knapp! Ich hatte Pink Schatten! Ich bin auf dem Haus ans Dach an die Kante geflogen und dann wieder zurück auf die Bahn. Nein! 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 Gehts wieder, Anne? Ach, Hotter hat das Pink geschürt. Ja, jetzt gehts wieder. Aber jetzt ist eh egal. Na ja, auf dem Map, auf dem Map nicht. Hallo Hotter, was macht ihr denn da? Oh, Hotter! Oh, Hotter! Oh, ich musste zurück. Ich muss komplett umdrehen. Oh, ich bin jetzt elf. Also, ich hab mich zurückgesetzt, ich bin zurückgefahren, aber es kostet halt genauso viel Zeit. Ja, aber ich bin gerade auch wieder schnell rangekommen. Was geht hier? Hoi! Ja, aber ihr seid dann... Das geht nicht. Den Freezy. Den Freezy. Was denn Hand in Hand fahren? Wo ist der eigentlich? Der kann nicht, der hat auch gesagt. Der hat Kinder. Oh! Ah, du! Fenster! Die Rampe geht doch gerade aus, warum fahren zwei von euch da rein? Weil Hotter links gezogen hat immer weiter. Ich musste nach links. Zwei Leute haben sich abgeschossen. Nein! Oh Gott! Das war gerade nicht nett von der Rampe. Das war knapp. Das war die Craps-Kurve. Das war die Craps-Kurve. Von ersten auf den siebten, ey. Also, wo warst du denn erster? Ich war die ganze Zeit erster. Die ganze Zeit... Also ganz kurz, am Anfang war ich erster. Hochteil einer Sekunde vielleicht. Es ist gar nicht. Es ist für mich. Es stand einfach kurz nur eins und rechts. Es reicht. Aber die ganze Zeit. Oh fuck! Huiiii! Oh. Damn. Naja, wenn du auf die grünen Pads fährst, würde ich das Vorderrad unten lassen. Nils sind zu gefährlich. Nein! Der Rest ist komplett rum. Ich mag Kurven nicht. Da jetzt Nils, oben. Du siehst auch rechts dieses Schild. Ja, ich habe gerade gesehen, wie du in das Schild geflogen bist, aber nicht wie du zurückgekommen bist. Ja, mich hat es danach irgendwie einfach wieder nach links rüber gefeuert. Und dann bin ich gelandet. Auf der Strecke. Das war mega weird bei dir. Ich bin Schatten gehabt kurz. Nee, ich bin Erster. Liquid ist doch jetzt auf einmal mega weit hinten. Ja, ja, du bist richtig schnell geflogen. Ich weiß nicht warum. Wenn ich überhaupt noch die Kuru kriege. Komm, komm! Komm, komm! Muss irgendwie zu schaffen sein! Was denn? Welcher Platz bist du denn, Early? Aufzuholen! Ach da! Ah, nee, das schaffst du nicht. Der siebte ist nämlich ein Arsch. Das ist der andere. Bist du siebte, oder was? Ja, bin ich. Und ich werde Early nicht vorbeilassen. Ah, nein. Dritter. Ah, McFly aber auch. Nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich bin raus. Der Sarko, fuck. Ich hab nach hinten geguckt. Ich hab nach hinten geguckt. Ich hab nach hinten geguckt. Ich bin so. Ich hab das gleiche Problem wie du, Early. War zu schnell. Neeein. Ist immer noch McFly der hinter mir? Nee, nee. Nein, wo flieg ich denn hin? Wo flieg ich denn hin? Keine Ahnung. Wo bin ich denn hingeflochen? Wo bin ich denn hingeflochen? Wo bin ich denn hingeflochen? Early, das fiesische Vogel ist das Einzige, wo du nicht husten darfst. Alter, ich bin über die komplette Strecke geflogen, ey. Ich hab hier wie nen anderen verkackt. Oh, da kommt noch einer ran. Ja, den da auch geht. Nein, sag das doch früher! Oh, ich bin raus. Wie doof, ey. Immerhin hab ich Erfahrung dafür bekommen. Ach so, okay. Ich komm diese blöden Rampen nicht hoch, ohne dass mein Motorrad in eine Richtung zieht. Ja, er muss davor immer einen Winnie. Ich hasse das. Nein! Ich hab gerade drei Mal versucht über eine Rampe zu fahren und hab's nicht geschafft, ey. Ja doch beim dritten Mal. Mir kommt der Mensch hinter mir zu nahe. Geh weg. Early, hast du die Rampe geschafft? Welche? Die danach kam? Ja. Und bist du noch 8er? Nein, ich bin 10er. 10er? Echt? Wer hat uns noch überholt? Ich hab noch weiter geboostet. Und bin bei der nächstmitte auch komplett rüber geflogen. Ja, ja, ja. Ich hab euch überholt. Ich war wohl mal 11er. Du 10er? Irgendwann musst du uns überholt haben. Ja, ich hab euch überholt. Ach so. Ah, scheiße. Anne, mit den Schuhen fährt man auf keinen Motorrad, ne? Anne bremst mit ihrem großen Ehemockenreifen. Oh, wenn das war nicht schön aufs Anfang. Mit der Hornhaut. Ich frag mich, ob die es so animiert haben, wenn du mit hohen Schuhen irgendwie auf dem Motorrad sitzt, ob die Hacke dann immer auf dem Boden schleifen. Ja, es war im Boden sogar. Es sieht richtig buggy aus, weil der Absatz ist so im Boden drin. Sprühen die VWs. Ja, so funken die ganze Zeit. Sehr witzig. Die links und rechts des Verstreifen papiert sich selbst. Auch der Einzige, der es gut fand. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.